Oh mein Gott, wo bleibt der Defi? Ich bin ja schon da. Das sagt doch nur der Arzt. Das ist mir vollkommen egal. Wir haben keine Chance. Los, mach auf 200. Okay. Und zurücktreten. Oh nein. Egal, komm, 400. 400? Bist du wahnsinnig. Auf meine Kappe. Los, wir haben keine Zeit. Okay. Zurücktreten. Ah, was hab ich gesagt? Mensch, hoffentlich ist die Pizza noch heiß. Ich will keinen Stress mit dem Chef haben.